Hauptsache du jagst das an mein ganzes an mein Auto hoch, ich habe ja niemals was gemacht. Du hast deinen scheiß Müll in die Umwelt geworfen. Du hast es verdient. Du wirst draußen auch mit Granaten rum und wirfst jeden ab, der seine Zigaretten auf den Boden schneidet. Es raucht nur leider keiner um mich rum. Draußen in der Stadt? Momentan ist es ein bisschen schwierig in der Stadt rumzulaufen. Achso. Tatsächlich bin ich aber nicht, bin ich wirklich draußen momentan. Ist halt doof gerade. Das ist noch ein bisschen schwierig. So, ach Gott, jetzt geht es wieder los im Fallschirm. Naja. Aber es sind nicht nur Fallschirm springen, es ist alles durcheinander gemischt. Hast du ja geschrieben. So jetzt haben wir so ein Mixed, also Playlists vor. 2 von 16. Waaah. Ich habe Höhlen ams. Ich habe tatsächlich auch. Oh, Zeitpunkt da. Nee. Punkt verpasst. Ah, nee, ist klar. So. Irgendwer cheated. 70 Punkte. Das kann nicht sein. Boah, Alter. Hm? Zwei Punkte schon versagert. Nee, ich habe auch zwei weg. Ich habe versagert. 160. Junge, Markus. Hm. Ich habe 180. Ich bin auch schon unten. Ich habe auch genau die Mitte vom Punkt getroffen. Um 10 Punkt. Ich habe auch zwei verpasst, aber die letzten sind relativ einfach. Da kannst du ziemlich mit dich durchsegeln. Alles klar. Ich denke, der mir auch drüber fliegt. Das steht. Markus, wie viel hast du? 25. 225. Ja. Boah. Hast du den Aufschlag jetzt vom Baby? Aber die ist unten da aufgeschlagen und dann ist er wie so ein Flubi wieder hoch. Aber du bist halt, du bist halt, du bist halt, du bist halt ziemlich ungebremst drauf. Zweiter, ne? Schade. 180, ja. 155. Das ist drei Minuten, hat es gedauert. Zwei. Habe ich geflogen gebraucht. Klapp zwei, 158. Ich habe 1000 Dollar gewonnen. Ich habe mich auf Markus gewettet. 2200 mit dem Wettgewinn. So, Teil 2 unserer kleinen Play, 16. Ich mache jetzt nur immer, ich habe vier Dinger an einer Folge oder so, an das vier Folgen für die Playlist. Ja, aber es sind ja unterschiedliche Sachen, die unterschiedlich lange dauern. Ich weiß, was du meinst. Ich muss mich, muss ich gucken, wie es, wie es aussieht am Ende. Bis haben wir noch rausgekommen. Aber ich denke, so vier Stück pro Folge passt. So, alle bereit? Mit der Baby! Mit ihr zwei halt. Zwei von fünf, ne? Hm? Ich weiß nicht. Das ist ja die Anzug-Gang. Ja. Ich bin der Anzug-King. Wir sind hier Pony und Kleid. Was müssen wir jetzt machen? Und es geht gar nicht abschießen. Der letzte überlebt. Und es geht gar nicht. Ich bin der Anzug-King. Ach so, lol. jeder hat nur ein leben der erste tod hat ja schon vergiss es ja gut der eine mit dem granatwerfer und der andere mit dem mg um mich rum geht zwei gegen eins ist schon schwierig gut aber baby habe ich auch einfach ganz überrascht da habe ich mich versteckt und dann kann sie ich habe leider werde ich eigentlich jetzt bekommen du hast baby überrascht das hast du gemacht so und dann sie zu wenig zeit dafür weißt du das ging doch auch schnell das ist aber nur die erste runde ich glaube wir haben das schon 34 mit zwei gewinnen ich wollte jetzt bei uns vier jetzt hier nicht übertreiben und dann müssen wir wieder 50 runden pro gewinnrunden dann ist gut ja 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 naja ist klar nur die platzungen weggeschaut sind das ist es halt wenn ein ausschaltet also sagen schon geworden mit mit vier leuten so nur markus bei dir war die platzungen zumindest mal komplett weg aber ich weiß ich wusste ich muss man durchkommen ich war fast tot weil bb ist auf dem stoff ja ich will sagen sie hängt zu zweit aufeinander müssen er sich ist im ersten weg dann hat er nur einen gegner gegen mit zwei leuten und dann muss er wieder zurück das weiß aber zufall der anderen seite waren wir allein und gegenseitig bei der ersten runde doch ihr wart auch da ist ja baby weggeschossen dann seid ihr zu zweit auf mich nein ich habe die leine weg ihr seid zu zweit auf mich ich meine der ersten runde nicht in der zweiten ja aber trotzdem hat er da irgendwie ja das ist egal alles gut ihr habt gewonnen und passt so schlimm vier teams ok sumo bei jeder ein team naja alles gut weil du kannst auch zwei teams aussetzen reinsetzen das ist egal das geht nicht schneller also zweifach finde ich im team ein bisschen witziger so gewinnen mit einer runde ok ich kenne die fahrzeuge alle nicht der ist dieser mini verschnitt der panto ist glaube ich oder das glaube ich der smart und das letzte war ich gerade nicht gesehen ich habe der dilettante ist glaube ich dir auch in der weg der kleine sind halt die kleinen wagen ach du scheiß das ist unser ziel das muss man machen nur runterschubsen oh gott du musst auf der plattform bleiben du hast das auto schon weg da geht sie gemeinsam auf die knofer tut mir leid du kannst einfach den heli der heli filmt nur achso schieb mit schieb mit schieb mit jawoll ich weiß ich bin auch noch mit runter aber wir haben trotzdem gewonnen da fliegt nur reinzuteilen oben rum und ja tatsächlich war es jetzt taktisch mit zwei leuten auf ein auto zu gehen weil der smarte hält einfach nichts aus der ist einfach weggeflogen ja ich weiß ja deswegen habe ich gesagt deswegen bin ich als so ein baby drauf eine gewinnrunde hast du gesagt hast du noch eingestellt zwei eigentlich ok es geht jetzt nicht alleine da ist da aber ich habe ich habe aber nicht ich habe aber zwei eingestellt keine ahnung ok naja na ist gut es ist halt so geht schneller passiert was haben wir jetzt das match wș naja naja ja k w w das mensch weiter teams machen zwei teams ok und sei der teams zwei sollte eigentlich mal alle gegen alle machen aber gut zehn minuten fest und aufnehmbar warum nicht warum nicht am besitz damit du deine hat erneut mit einer weniger schießt einfach würde mich herum die minikad bricht im jetzt match aber nix so wir haben natürlich gar nichts an anderen waffen doch da nie in der ecke sitzt da in der ecke hat er gekämpft aber ich hab nur den riko gesehen ich dachte mir er den holt sie dann auch schnell und dann sitzt der markus da an der ecke haut ihm die waffe das gesicht heilige mokrele was war das ich war angeschlagen zwei leute zwei ist ja auch eigentlich sehr kurz klar aber ich hätte halt mehrere halt gegeneinander wäre cooler aber egal alles gut jetzt bin ich irgendwie aus woraus aus dem gelände über eine mauer geflogen schon gemacht so schnell kam ich nicht hoch ja ich wollte auf den kopf ziehen das war das gemein habe ich gemeint ja unterstützer kill aber ich habe ja auch gut weggeschossen jetzt geht man da hoch schön ironisch dass du das gerade sagst ja alles gut das passiert halt da in der ecke da hat er gesessen wo ich denn einfach unterm haus im keller gibt es fort ok ich hänge hier fest jetzt nicht mehr das wäre natürlich blöd wenn du nicht festhängen würdest ok das kopfschutz gesetz irgendwie schon eigentlich mehr leben hatte noch als ich hatte volles leben ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab's auch die panzerunfricht panzerunfricht ja 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 ach alles gut ja wieder unterstützt der kill gerade gekriegt scheiße freuen halt immer sehr zeit sehr naheinander auf ja wie gesagt marcos hab ich geholt und dann habe ich dich zu spät wahrgenommen oder zu spät gesehen aber besser hier ein bisschen rumlaufen da sie sich halt mehrere kills machen sondern wenn du dann nur mich necken die ganze zeit chills da hast du gar keine chance zeiße da standst du du hättest dich gar nicht anvisiert scheiße der hat sich aber jetzt angezeigt auf der karte und dann auf einmal doch nicht mehr so einen hab ich noch mehr noch geholt und sind zwei du hast gar nichts mehr da du kannst gar nichts mehr da du kannst gar nichts mehr nee das... das ding das ist schwierig jawoll doch noch den kill naja ich hab's gesehen du hast es mir gar ja hallo kopfschuss beide ja das meine ich nicht sondern einfach ich hab dir praktisch den kopf geschossen ok ich hab noch wirklich müh an leben gehabt also es war nicht viel aber wirklich halt ganz ganz wenig noch aber ich würde sagen es waren beide beide auf euch waren kopfgeschüsse das weiß ich aber ich hatte auch nicht geschossen da hast du ja noch nicht mal reagieren können jetzt schon wieder ich schieße auf deinen kopf was ist denn das so eine verarsche schon wieder ich schieße hier 30 mal den kopf passiert nicht ok na gut jetzt bist du durch die granate gestorben weil du mit dem auto gesessen hast ja aber ich hab dir davor schon ungefähr gefühlt 30 hätt schon ok hat eigentlich nicht passieren hat ja eigentlich nicht passieren dürfen weil ich war wie gesagt ich habe eigentlich fast komplett tot weil ich sehe auch die blutspritzer kommen naja aber ich weiß nicht vom aushalten her sollte es nicht das problem sein normalerweise kopfschuss müsste ja nicht direkt tot sein trotz westen und alles aber wie gesagt eigentlich wäre es weil war ich ziemlich fallobst weil wie gesagt wir sind gleichzeitig gestorben ja ach da steht der ja was muss ich nachladen da kommt der markus und staubt noch ab aber wenn sie auch bei dir war es eigentlich tatsächlich das hält sich gut dann mit der dings ja und da geht wo du snipe deep joo du mit dem granat mit dem granat ich dachte mir jetzt wollte ich dich noch schnell mit dem granatwerfer ach da stehst du schade der blendet nämlich wieder aus und dann weißt du nicht wo du bist na steht knapp noch joo wie schnell bist du schön baum hab dich kurz schon auf den kopf okay ich habe eigentlich aber nur auf körper gekriegt soweit ich die schüsse sind alle auf körper gelandet ja das war der letzte rest noch ich habe auch ich habe ja jetzt mal drauf geht springt erstmal ein pool von hinten in den rücken rein habe ich habe mich hat ja ich habe schon mal geholt 26 28 das ist knapp jetzt das ding noch ja wohl eigentlich müssen wir an zeitspielen bringt jetzt nichts willst du noch eine minute hab dich noch jetzt wäre es weggeatmet glückwunsch zwei gegner innerhalb von zehn sekunden ja das war bei kämpfen nicht so schnell ich bin ein rang aufgestiegen komplett ist gut ich habe die kleine niederlagenserie aber mal wieder zum nächsten mal beide direkt hintereinander geholt ich glaube die habe ich auch erfüllt weil ich glaube ich habe einmal markus und einmal links hintereinander geholt zwölf zu dreizehn egal alles gut jetzt kommt 16